so herzlich willkommen zu einem neuen let's try to play video und wie ich es ja angekündigt habe alle guten dinge sind drei wir machen heute donkey kong country konga jetzt ist der unterschied donkey kong konga 3 das haben wir aus japan bestellt und ja es ist japanisch es gibt es auch nur auf japanisch und so werden auch die ganzen lieder sein japanisch und ja dann fangen wir mal an wir brauchen den freeloader um das ding zu starten dann fangen wir mal an so drückt start um den freeloader zu starten das war eine sehr gute investition in den freeloader import spiele spielen kann auf dem gamecube und es ist disk basiert so es ist jetzt bereit zum laden dann öffnen wir die klappe und lassen zu überraschen was donkey kong konga 3 so bringt es wird auch japanisch sein das ist schon mal etwas oder viel so erled das ist mal das tolle dieser tollen buchsidee ich habe jetzt zwei stück davon so dann lass uns überraschen ob wir durch die menüs durchkommen es fängt ja schon an dass wir die ganzen warnungen nicht lesen können aber ich glaube durch zwei teile die ich da so gespielt habe weil es zumindest menü technisch was es gibt spielerisch kann keine große steigerung erwarten werden ich glaube die spieler schlecht sein so das fast 60 herz oder irgendwie speicher platz zu kreieren okay gut das können wir alles lesen dann drücken wir mal start ok gut es gibt die storymodus diesmal den keiner versteht dann wollen die auf eine insel und zeigen nein und dann sagt der Affe bestimmt da ist es gefährlich da müsst ihr trommeln um irgendwas zu schaffen da kommt dialog 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 ja und dann schimpft donkey kong die wohl glaube ich aus ja irgendwie so wenn man versucht die story auf ihr falsch zu lesen ok er fragte irgendwas und die gehen dann bestimmt kluge antworten auf diese frage und dann heißt es wohl jetzt gehen wir los ja und da kommt doch alle mit und da haben sie auch gut auch mit bei das ist ja der lappenaffe wer ja auch in doch die konkurrenz spielt und jetzt geht's los irgendwann irgendwann ich versuche hier noch die Musikanlage die ich jetzt auch hier nicht finde switch 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 ok ich glaube es geht los so ja gut 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 ja wie man sehen kann ist es fast das gleiche menü nur dass man nicht weiß was man drücken soll ich glaube das war jetzt gerade das hier gewesen ich glaube dann das hier ich glaube dann das hier das war glaube ich dann zurück gewesen ok ja ja mhm nein es ist immer toll dass ich die japan spiele klicken muss und ich weiß was es ist das ist auf jeden fall nicht das ich was ich wollte ja so jetzt sind wir in der richtigen menü drin und können es mal die Lieder durchhören wir sind ganz 50 stück du machst mich klein und natürlich ist abwärts dumm der jetzt wenn man Geräusche macht ok ok dann fangen wir mal an mit den hier das scheint wohl jetzt irgendwie Lieder aus dem Spiel zu sein gut 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 irgendwo ist der Dragon Ball drauf das haben wir zumindest gesehen ok ich kann mich nicht erinnern dass der Affe solche komischen Geräusche gemacht hat ok es ist sehr ja japanisch ich glaube dann brauche ich mir keinen japanischen Musiksystem kaufen ne ok cv irgendwas schon so eine japanische Talentshow ecke es kann ich das ist vor Feuern bleiben mein gott die requesta Version ok mein gott er dich zu bewegen so jetzt kommen wir zu allem die serien wie ich sehe dass das davon ist ich kenne die japanische serie und beziehungsweise ending teams und gut kenne ich nicht die serie das scheint pokémon zu sein aber nur weil es pokémon gesagt worden ist das geht auch prämisch aus pokémon pokémon Ich glaub, die Serie kennt auch keinen Menschen im Opening. Jetzt kommt was wir kennen. Hey, was machst du da? Doch mal von vorne. Ich mochte das Lied eigentlich bei Lucky Star immer, wo sie es vollkommen parodiert haben und falsch gesungen haben. Sparky! Obwohl irgendwie der Bass fällt. So, was haben wir? Kenn ich nicht. Ab in die Kessel. Noch ein Opening von irgendwas? Da vorne kommen Games. Wo es Affen geht bestimmt. Oh ja, der Bananen-Song. 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 Gelbe Früchte. Gelbe Früchte. Dann haben wir hier einmal durch. Dann haben wir hier einmal durch und... Okay. Okay. Das versteht ja jeder noch. Dann... Was haben wir hier? Finde ich das? Ja, das kommt mir im Glück an vor. Finde sie. Das ist der Finde für mich. Ja, Finde sie das bestimmt. Das ist der Finde für mich. Okay. Das scheint doch jetzt kugelig zu sein oder irgendwas anderes. Und was Mario hat gewissen. Ich weiß es kaum. Was Mario hat gewissen. Ich weiß es kaum. Okay. Okay. Die X. Das ist bestimmt... Zelda? Gute Frage. Könnte ich nicht. So, jetzt kommen wir zu... Klassik. Ja, Klassik. Gut. Klassik. Zweite. Aber alles Klassiker ist. Okay. Der Long Ranger. Das hat ein Schlusslied. Gut. Das waren wir dem Zell. Na guter Ratscher. Okay. Ist gut. Das kenne ich auch noch irgendwo ja. Und jetzt kommen die ganzen abgefahrene Lieder. Klassiker. Klassiker. J.P. 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 Go! Dreamers, Fighting Dreamers, okay. Bump. Also die Spanchen, die da haben irgendwelche ... Wörtern zu tun. Ein Opening von irgendwas ... OP zumindest eigentlich. Okay. Seat of Destiny. Ich weiß nicht, warum Anni die Serien auch jetzt links lauten, wenn es Naturo ist. Oh, Happy Days. Ich glaube, das kenne ich. Von Guren Lagann. Bitte, sei es das. Ich würde auch sagen, als japanische Intros oder so. Komm, es kommt Happy Days. Das muss es sein. Komm. Wohin Lagann. Nein, ist es nicht. Schade. Ja, das muss ich auch verratzen. Okay. Okay. Hat er schon? Okay, dann fangen wir mal mit Deni durchsagen. Okay, mit ... Okay, dann muss ich auf B drücken. Okay. 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 Nein. Dann machen wir so ein bisschen Tastatur. So. Oh, ich soll zwei Player bestimmt dann durch mal drücken. So. Dann versuchen wir es mal an so einem Blick hier. Zwei Player, aber ist auch egal. Oh mein Gott. Ich glaube, das kommt hier ein bisschen besser rein aufs Spiel. Ich bin zumindest unten. Es ist nicht mehr besser jetzt, weil wir es ruhig machen. Hab er noch nicht mehr aufs Spiel, weil es in der Schäuze ist, wenn es alle noch fangen ist. Ich bin zumindest. Ich bin zumindest. Ich bin zumindest. Und dann soll das auch machen können. Ich bin versioner. Ich bin überlegt. Ich bin überlegt. Ich bin überlegt. Und dann könnte ich jetzt hier ein bisschen mehr an. Das war ein schweres Papier. Ich muss ja mal gewinnen, ey. Yay. Gut. Ich habe Waffen geschlagen. Und ich habe mal gewonnen, gegen mich selbst. Okay, dann muss ich jetzt glaube ich dann irgendwie drücken. Dann irgendwie funky news. Und dann schauen wir mal weiter. Nehmen wir mal grün. Nehmen wir das mal und das mal. So, nochmal. Irgendwas Wendungmäßiges. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, ich hab dich auch angestrengt jetzt mal. Buh, beschiss. Ja, das ist doch gut, würde ich sagen. Jo, 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 so, nochmal. Was ist denn blau? Gut, diese ist meine komplexe Steuerung, dieses Spiel. Okay, was haben wir hier? Okay, okay, okay. Gut, was haben wir hier? Man kann alles drücken, nur das nicht. Gut. Ein Player. Und Hey Challah, bitte. Ich glaube aber, ich will da mal. Jetzt sind wir hier so falsche Riedeungen noch rein. Wenn ich wenigstens Naturo könnte, aber Naturo kann ich nicht. Oh, Hey Challah. Ich weiß nicht, wo ist es gerade gewesen? So, das konnte man sogar lesen. Jetzt hör mal auf hier. Da ist es. Gut. Gut. La 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 la. Hey, hey, hey. Hm. Ich spiele die schweste Stuhl-Wiege noch mal weg. Da 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 Tab. Da 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 da. Da 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 da, hey shalah Oh, hey shash rr Aa', Ahn ¡Sparkin! Shalah, hey shalah Das ist ein Schraubiger, das ist ein Schraubiger. das war mal richtig gut primaten mäßig gut würde ich sagen und damit werde ich dieses video und wenn ich irgendwann gelernt habe wie man richtig rechts und links unterscheiden kann wer weiß es war immerhin neun großartige und eine kombo von vier ja dann bedanke ich mich und auf wiedersehen und bis zum nächsten donkey konga dass es niemals kommt es kommt jetzt höchstens noch samba del amigo wo man das drop patch schütteln muss